ist er jetzt schon da? Beate, die Kinder sind schon da. Was sagst du jetzt? Schön! Ja, na der Beate freut sich auch und er wollte heute unbedingt mitkommen und er dreht sich nicht um, er ist manchmal ein bisschen schüchtern, zumindest am Anfang der Vorstellung, aber das gibt sich, es gibt sich bald. Beate, bitte drehst du dich nicht um. Beate, begrüß einmal die Kinder. Wie sagst du zur Begrüßung? Gute Nacht! Gute Nacht. Jetzt sagt man Gute Nacht, das glaube ich aber nicht. Also man sagt nicht Gute Nacht, sondern ich... Gut, hast du das gehört? Ja! Also sagst du schön. Guten Tag! Genau. Und was wünscht du den Kindern? Für unsere Vorstellung eine Gute Nacht! Eine Gute Nacht. Aber wir würden uns freuen, wenn ihr zu unserer Vorstellung kommen würdet und wünschen euch jetzt noch wirklich einen schönen Tag! Genau. Gute Nacht.